Hey Tati man, das ist selten anweilig. Zeig mal eine Achtung. Alter man, du hast doch nur noch mal gesehen. Das wüsst du da noch nicht. Vielleicht brauche ich irgendwas. Ja was denn, man? Keine Ahnung. Keine Ahnung, so viele Karten, keine Turniere. Ich check's einfach nicht. Das kann man ja machen, John. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich hätte was gelesen. Was denn? Von Zombie Zocker. Er veranstaltet auch ein Turnier am 28. Echt? Ja. Zombie Zocker? Der von, äh, hier. Leipzig. Ja, genau. TTG Warehouse. Ja, Mann. Genau, da können wir doch hingehen und mitspielen. Er hat doch auch ein Ding im, äh, Market, oder? Ja, genau. Ah, es ist der. Echt veranstaltet Turniere. Ja, heute 28. Cool. Spielen heute mit, fahren wir. Tom, geht's? Alles easy locker. Mit Zombie Zocker. Echt? Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren, erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebookseite ab. und natürlich uns gesponsoren, alles unten in der Beschreibung und ansonsten bleibt nicht so.